Hallihallo Hallöchen und Willkommen zu Sacred 3! Ich bin's wieder, eure Stimple Tag und wir starten auch in dieses Let's Play. Auf geht's meine Freunde! Ja, viele kleine winzig kleine Levels und da scheint die Abschlusslevel zu sein. Voll rumgekrümelt habe ich hier. Mann, 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 Mann! Diese Typen wünschen sich nur ihr zu sein. So. Ich muss einfach nur fünf Wellen sein. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich werde weiter angegriffen in der Pause. Was ist das denn? So. So macht man das. Aber ihr müsst es noch mal machen. Ja, noch ein paar Mal mehr. Aber ich stelle mir vor, ich kann lesen. Da kommt Welle 2. So. 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 Ihr bekommt sogar ein paar Belohnungen, wenn ihr es schafft, sie aufzusammeln, bevor der Kampf weitergeht. Zwei Wellen noch. Zwei Wellen noch einmal. Zwei Wellen noch einmal. Ach, Baby. Okay, das war's. Oh, Moment. Nein, es kommen noch mehr. Jetzt sind eine blöde Trolle. Bereit machen. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Sehr schön. Hallo. Das Gold will er wohl nicht. Also es gibt auf jeden Fall gut Level Up, das brauchen wir wahrscheinlich auch und wir machen das noch mal. Ich arbeite daran nervig. Das Gold will er wohl nicht. Gut gemacht! Gut gemacht! Aber ihr seid noch nicht fertig. Nehmt die Belohnungen auf und macht euch bereit für mehr. Gut gemacht! Oh Gott, ihr machst mir ab dieser Welle noch erzählen. Oh, alles geschafft! Gut gemacht! Gut gemacht! Eine Welle weniger! Aber die nächste wird nicht weit sein. One last! War das für dich auch zu gut? Das ist aber nett von dir! So, aber das ganze machen wir nochmal, weil es so schön schnell geht und weil wir immer noch kein Level abhaben und wir ein bisschen grinden wollten, machen wir wie gesagt das ganze nochmal. Und noch einmal, weil es so schön war. Ich drücke euch die Daumen! Okay, das war's! Oh! Moment! Nein! Es kommen noch mehr! Bereit machen! Ja! Ja! Du kriegst dich. Oh la die Sauber Gefällt mir Okay das war's Oh Moment Nein es kommen noch mehr Bereit machen Oh Ein letztes Level noch! Also eine letzte Welle noch! Ein letztes Level noch! War das für dich auch zu gut? Das war jetzt doch mal die schnellste Runde, würde ich sagen. Und ich würde sagen, für heute reicht's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Die letzten Level warten auf uns, eure Thimble Tag. Bye bye, little baddies!